In Kürze gibt es endlich mal wieder einen Kometen, den man etwas einfacher beobachten kann. Der Komet ZTF oder auch C2022E3 hat jetzt zum Monatswechsel seine größte Helligkeit hier von der Erde aus gesehen. Hier erreicht er eine voraussichtliche Helligkeit von 5,4 Magnituden, die ihr auch hier auf der Lichtkurve sehen könnt. Seine Bahn um die Sonne ist dabei fast rechtwinklig zur Ekliptik. Was ist überhaupt ein Komet? Kurz gesagt ist ein Komet so eine Art dreckiger Schneeball. Kometen sind Überrechte von der Entstehung unseres Sonnensystems und bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Sie haben sich in den äußeren Bereichen des Sonnensystems vor allem jenseits der Neptunbahn gebildet. Die Kometenkerne sind meist nur wenige Kilometer groß. Dieser Kern ist von einer diffusen nebligen Hülle umgeben, die man Koma nennt. Auffällig bei Kometen ist ihr Schweif. Die Bestandteile der Koma werden durch den Strahlungsdruck der Sonne und Sonnenwind weggeblasen. Dabei entsteht aber nicht nur ein Schweif, sondern sogar zwei. Einer ist schmal und lang gestreckt und wird auch Plasmaschweif genannt. Dieser besteht vor allem aus Molekülionen und wird durch den Sonnenwind erzeugt. Die Ionen der Koma wechselwirken mit dem Magnetfeld, das von den geladenen Teilchen des Sonnenwinds erzeugt wird. Der zweite Schweif ist diffuser und gekrümmt. Er entsteht durch kleine Staubteilchen, die durch den Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst werden. Ein Komet zieht seinen Schweif übrigens nicht immer hinter sich her, sondern der Schweif zeigt immer von der Sonne weg. Das heißt, wenn ein Komet sich von der Sonne weg bewegt, dann zeigt auch der Schweif teilweise in die Flugrichtung. Jedes Mal, wenn ein Komet der Sonne nahe kommt, verdampft ein Teil des Eises und das Gestein verliert seinen Zusammenhalt. Dadurch löst sich der Komet langsam auf. Auf seiner Bahn lässt ein Komet also immer ein paar Überreste zurück. Und jedes Mal, wenn die Erde auf ihrem Weg durch so eine Überrestwolke fliegt, gibt es bei uns auf der Erde ein anderes tolles Ereignis. Nämlich Meteorströme, wie zum Beispiel die Leoniden oder Perseiden. Hier verglüht das Restmaterial in der Erdatmosphäre und wir sehen Sternschnuppen. Nun aber zurück zum Kometen C 2022 E3 ZTF. Ab dem 14. Januar kann man diesen Kometen die ganze Nacht am Himmel finden. Los geht es im Botes, jeden Tag wandert er etwas weiter am Sternenhimmel. Am 14. Januar hat er dabei eine voraussichtliche Helligkeit von 7,1 Magnituden und wird immer heller, bis er dann am 1. Februar seine maximale Helligkeit von voraussichtlich 5,4 Magnituden erreicht. Hier sollte er dann hoch am Himmel mit einem Fernglas schön zu beobachten sein. Auf der Grafik hier seht ihr, wie er sich im Laufe der Zeit über den Nachthimmel bewegt. Bis zum 6. Februar ist er noch die ganze Nacht zu sehen. Hier erreicht er voraussichtlich noch 5,7 Magnituden Helligkeit. Ab dem 7. Februar geht er dann immer früher unter. Ende März hat er dann schließlich nur noch eine voraussichtliche Helligkeit von 10,9 Magnituden und geht auch schon kurz nach 22 Uhr Winterzeit unter. Hoffen wir, dass wir schönes Wetter haben und den Kometen schön beobachten können, besonders weil er auch so schön hoch am Himmel steht und doch einiges an Helligkeit voraussichtlich erreicht. Ich würde mich natürlich auch über einen Kommentar von euch und einen Daumen hoch freuen und erst recht, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Unten ist ja der kleine Button, ihr wisst schon. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch jedes Mal Bescheid, sobald ein neues Video rauskommt. Ich hoffe, das Thema war interessant für euch. Hier gibt es jetzt dann noch weitere Videos von mir, vielleicht ja noch was anderes Interessantes für euch dabei. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!